heute heute ist das siebte august 2020 und sollte eigentlich der anfang von dem fest bin und ich stehe vor dem traditionellen gasthaus zur sonne und das ist das einzige haus die einfach mit ballon mit ballon und verschmuckt und das hat auch nicht so die hochstimmung aber so ist das weil das diesmal fest ist eigentlich nicht gestattet und wegen corona virus und deshalb ist auch besser ruhig vielleicht ist tatsächlich auch wegen corona das ist überhaupt so ruhig ja ich gehe dann noch mal zu dem andere laden gucken ob die das auch besser was mitmachen und bis später